Meine Oma hat sich den Oberschenkelhals gebrochen. Was kann man da eigentlich tun? Wichtig für Ihre Oma ist es, dass sie so versorgt wird, dass sie möglichst schnell wieder auf die Füße kommt, um lange Zeiten der Bettlägerigkeit zu vermeiden. Denn dies bedingt eine Reihe von Komplikationen, wie beispielsweise Thrombose, Lungenembolie oder Lungenentzündung. Wir sind deshalb bestrebt, auch ältere und betagte Herrschaften möglichst schnell zu mobilisieren, um diese Komplikationen zu verhindern. Hierzu bedarf es allerdings einer stabilen Versorgung des Oberschenkelhalsbruches. Je nach Bruchform können wir das beispielsweise mit einem Nagel gelenkerhaltend bewerkstelligen oder, falls der Bruch näher am Gelenk liegt, durch den Gelenkersatz mit einer Endoprothese. Untertitelung des ZDF für funk, 2017